So, dann kann es auch losgehen. Wir haben nämlich auch ein ganz besonderes Fahrzeug mitgebracht, das vor der Tür hier steht. Heinrich, was ist denn da so besonders an diesem Wave-Fahrzeug, an dem blauen Unimog? Genau, das ist nicht nur die blaue Farbe, die ins Auge sticht, die Lust auf mehr macht, sondern das ist das Thema Wasserstoff. Erneuerbare Energien, das ist in aller Munde und natürlich haben auch wir von Mercedes-Benz Special Trucks uns Gedanken dazu gemacht, wie die Antwort für den Unimog aussehen könnte. Wir sind aber noch weit von einer Serienreife entfernt, oder Klaus? Aber er funktioniert doch schon, oder? Genau, er funktioniert. Wir sind gerade in die Erprobung mit Anbaugeräten gegangen. Der Unimog hat vorne eine Mähkombination von Düker mitgebracht und damit hat er die ersten Arbeitseinsätze erprobt. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, bin ich auch gespannt. Also Sie sehen, da tut sich auch zum Thema Unimog was, zum Thema emissionsfreies Fahren. Ja, bin ich auch gespannt. Also Sie sehen, da unten. Ja, bin ich auch gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020